jetzt habe ich level 49 und da sind noch kichten in der spitzen mäßige sachen drin da unten ist noch xp und alles war mal wieder was interessantes was wir auch noch nicht kannten obwohl ich sie eigentlich gesehen habe aber dann wurde ich ja verarscht um es auf deutsch zu sagen und dann kann ich auch gleich mal hier wieder rein ich weiß dass es sich jetzt nicht lohnt die ganze zeit jetzt hier noch xp zu fahren wo auch du heilige ach du heilige ganz viele nun ganz viele nun da vor Ort vor Ort vor Ort vor Ort da ist noch eine da ist auch noch eine Prozent Faschen das nur eine die Wiese Schnellsborn die wie schnell spornen die Habe ich da auch gerade n-n-n-n-n-Dings gehört? Nen Ghast? Alter, alter, alter. Alles uncool hier. Alter. Oh Gott, mein... Ihr wisst schon. Ja, toll. Man kann es auch übertreiben. Habe ich dir schon mal gesagt. Alter. Ich brauche Baumaterial. Ich bin ein Backpack weggeschmissen. Oh, verpiss dich doch. Mann. Langsam regt es mich auf. Wir erreichen jetzt die nächste Stufe. Ah, ich brauche hier einfach mal... Ja, sicher. Ja, verarschen kann ich mich selber. Aber... Hier... Das sind echt die schlimmsten. Das sind die schlimmsten... Alter. Oh Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ha, 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 ha. ich glaube ich glaube da habe ich jetzt keine Lust zu wenn der wahrscheinlich einmal auf mich trampelt bin ich tot wie was für sich was einmal nach oben bitte jetzt fliege ich einfach mal in die richtung was sind da ach das will die blume die leuchtet wer hat es hier wahrscheinlich kein eis wird es hier bestimmt voll interessant könnte ich mit euch wetten was ist das was denn das da alles da war irgendwas rotes die lorik dass die piratenschiff das war hier ein ganz schlecht du wackelst mir das alter was willst du hab dich doch weggeschossen ja sicher die kommen da hoch was mach ich denn da das ist ein creeper spawner ganz gut steppe steppe weg 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 das waren creeper ja okay 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 kein problem scheiße der hebt nicht mehr lange das muss ich durchgucken habe ich eine elektrische sens nein nein bitte sagt mir dass ich eine elektrische sens habe bitte ich muss doch eine haben nein 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 das kann ich schon mal raus weil das brauche ich nicht in der Zeit trifft Prozent nein so hier schon nicht ich hoffe einfach mal hier hier habe ich sowas mit 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 hier bin du live sens Puh, fuuuh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß, dass man das nicht sagen soll, aber... Es ist ja so... Da muss ich mal gucken, wie wir jetzt heimkommen. Ach du Scheiße, wo wohne ich denn? Hey, warum ist der Makel hier weg? So, hausse. Der war weg. Wo bin ich denn? Ach du Scheiße, ich bin da. Muss ich wohl einmal hier mit dem Bötchen fahren, wenn ich das jetzt noch finde. Kein Boot, kein Boot, kein Boot, schlecht.